Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich bin der Maximilian und TWS. Jo, ich habe TWS schon mal offen, habe es nur aktuell pausiert. Ich fahre heute eine neue Lokomotive der Baureihe 189, die ich kürzlich integriert habe als Ersatz für ein anderes Fahrzeug, das ich aus verschiedenen Gründen aus dem Spiel rausnehmen musste. Und wir fahren auf der Südbahn von Wien aus. Einen Güterzug bis Wiener Neustadt, oder so käme ich gerne. Schauen wir mal. Wir haben eine Doppeltraktion der Baureihe 189 und 25 Kesselwagen. Ich bin gespannt, wie sie sich mit dem Zug tut. Und ich würde sagen, dann setzen wir mal das Spiel fort. Ich rüste D-Log auf und alles Weitere dann während der Fahrt. Fortsetzen. Batterie aktiviert. Lichter aktiviert. 15 Kilowolt 16,7 Hertzack. 15 Kilowolt 16,7 Hertzack. Genau. Lassen wir mal den Stromabnehmer hochfahren. Stromabnehmer gehoben. Hauptschalter aktiviert. Spiegel ausgefahren. Spiegel eingefahren. Vor. Startprogramm aktiviert. Störung. 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 Fiederspeicher gelöst. So. Ja, die Lok ist mal soweit da. Genau, wir stehen hier im Abstellbereich von Wien Hauptbahnhof. Östlich vom Hauptbahnhof. Und werden dann gleich durch den Hauptbahnhof durchfahren. Und ich glaube... Ja, genau. Wir stehen bei dem Autorreisezug. Seidens. Und unser nächster Halt ist dann beim Marzansdorf-Platz. Wow. 100, 150, 250. Stellen wir mal die Zugriff für die ARD ein. 50, 31, 21 Uhr, 0, 0. Nächstes Hauptsignal. Und in 14 Meter. Bremse gelöst. Bremse angeliegt. Bremse gelöst. So. Dann machen wir noch einen PZB-Test. Bremse angeliegt. Bremse. 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 Bremse gelöst. Gut, das funktioniert. Und die SIE vertesten wir auch noch. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Hier läuft jetzt nämlich mal so 30 Sekunden den Timer durch und dann legt sie die Bremsen an. Aber unser Signal ist aktuell ohnehin noch. Ist das Hauptsignal. Grün in 14 Meter. Aber mittlerweile ist es grün. Okay, gut zu wissen. Vorher war es noch rot. Aber die paar Sekunden haben wir noch. Bis er dann durchgelaufen ist. Er zählt immer noch. Genau. SIEFA Zwangsbremsung. SIEFA Zwangsbremsung. SIEFA Zwangsbremsung. SIEFA Zwangsbremsung. Bremse gelöst. Gut. Das wäre es. Dann würde ich sagen... Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 100 Kilometer pro Stunde. Fahren wir mal los. Nächstes Hauptsignal. Grün. Sechs. Geschwindigkeitsänderung auf 80 Kilometer pro Stunde in 452 Metern voraus. 75 Kilometer pro Stunde. 80 Kilometer pro Stunde. Nächstes Hauptsignal. Grün in 1041 Metern. Vereinflussung. 90. Zugvereinflussung. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometer pro Stunde in 400 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal. Grün. Fortsetzen. Pause. Lautstärke der Sounds. 90. Fortsetzen. Pause. Lautstärke der Sounds. 85. Fortsetzen. Pause. Okay, ich wollte jetzt eigentlich gerade das Spiel leiser drehen, aber das funktioniert irgendwie nicht richtig. Ja, man hört, der quält sich ein bisschen. Gut, wir haben auch so 2700.000 Zuggewicht ungefähr. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 80 Kilometer pro Stunde. Genau, das sind die Kesselwagen, die hier an uns vorbei rollen. Und wir dürfen schon wieder bremsen. Führen uns dann halt an den Absteckgleisen bei Matzlandsdorf. Nächstes Hauptsignal. Nächstes Hauptsignal. Grün in 162. 162. 162. 212. 19. 17. 20. 20. 20. 20. 20. So, da stehen wir. Die nächste Station für den Güterzug. Ja, okay. Hier ist dann die Gleisgruppe 700 in Wiener Neustadt. Genau. Das heißt, wir haben noch ein ganzes Stück vor uns tatsächlich. 21 Uhr 4, 13. 21 Uhr 8, 0. Jetzt haben wir hier aber erst noch 4 Minuten Standzeit. Hm, was kann man denn 4 Minuten so erzählen? Also, erstens mal, die 189er gehört, wie man vielleicht vom Geräusch her ein bisschen erkennt, zur gleichen Familie wie die ÖBB 1216, auch bekannt als DB-Waure 183. Das ist die Eurosprinter-Familie. Gebaut von Siemens, Anfang der 2000er. Gibt ungefähr 150 Stück. Höchstgeschwindigkeit von 140 kmh. Leistung von 6400 Kilowatt, also knapp 9700 PS. Vier Stromsysteme, die in Europa üblichen vier, also anderthalb und drei Kilowatt Gleichspannung. 15 Kilowatt bei 16,7 Hertz und 25 Kilowatt bei 50 Hertz Wechselspannung. Jo. Genau, eben 140 kmh Höchstgeschwindigkeit, wobei es da ursprünglich eine Option gab, die Lok mit einem Getriebe für 230 kmh ausrüsten zu lassen. Das wurde aber von niemandem bestellt. Dann wäre sie eigentlich ziemlich identisch zur 1216 gewesen, mit ein bisschen einer anderen elektrischen Ausstattung. Aber, ja, vom Antrieb her wäre es fast das gleiche gewesen, auch in Hohlwellen dann, soweit ich weiß. Das wäre jetzt ein Tazlager. Genau, Tazlager ist schon ein relativ alter Antrieb. Er hat früher immer ein relativ charakteristisches Geräusch gehabt. Bei älteren Triebwagen, wie beispielsweise der ÖBB 4020 oder der DB-Baureihe 420 oder auch den alten Baureihen der S-Bahn Berlin 480, 485 und so, da hat man ja immer so ein Brummen gehört beim Anfahren, das dann immer höher wird. Das war der Tazlager-Antrieb. Schräg verzahnt, üblicherweise bei manchen ganz alten auch noch gerade verzahnt, dann war er besonders laut. Die hat den auch, aber deutlich moderner und macht deshalb lange nicht so einen Lärm. Im Vergleich dazu beim Hohlwellenantrieb hat meine Welle, die die Kraft überträgt, die ist sinngemäß auch hohl und klingt natürlich dementsprechend ganz anders. Beziehungsweise, es gibt ja noch die Gummiring-Antriebe, da hast du im Prinzip einen Keilriemen. Am einen Ende hängt der Motor drin mit einem Getriebe und treibt das Ende vom Gummiriemen an. Und dieser Ring läuft dann eben weiter und wie der Keilriemen beim Auto treibt dann das 8-Getriebe oder die 8-Zereckung direkt an, je nach Bauart. Genau. Gibt es auch als Gummiring-Feder-Antrieb, da sind dann noch viele Elemente eingebaut. Also, ja, da gibt es die verschiedensten Antriebe. Bombardier hatte den integrierten Gesamtantrieb früher, der noch aus der Abtanzzeit war, das war im Prinzip das 1.8. Der Motor direkt montiert war und so, auch mit Taz-Lager. Und dass du das ganze Ding tauschen konntest mit ein paar Anschlüssen und die Lok daher relativ schnell wieder fit gemacht werden konnte, wenn sie einen Motorschaden oder so hatte oder einen Getriebeschaden. Ganz praktisch, ist heute auch ein allgemein angewendetes Konzept, das man die Motoren relativ gut tauschen kann. War damals halt was Besonderes bei den TR-AXX-Loks. Der Baureihe 146.0 und 185.0 wurde das erste Mal in große Serie bei einer neuen Lok-Familie eingebaut. Aber überhaupt, der erste Einbau, soweit ich weiß, in einer Serien-Lok war die 145, wenn ich mich richtig erinnere, der Deutschen Bahn. Ja, kann man was vorläufig der TR-AXX sehen. Genau. So, wie spät haben wir sie? 21 Uhr 7, 53. Gut. AFB aktiviert. Dann lassen wir wieder fahren, würde ich sagen. Nächstes Hauptsignal, Sieg in 77 Meter. 2, 8, 10, Zugbeeinflussung, 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 15. Nächstes Hauptsignal, Sieg in 77 Meter. 80, 20, 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 20. Ich habe nur kurz den Scheibenwäscher getestet. Es hat 6 Grad Celsius, es ist bewölkt. Die Höchsttemperatur beträgt 15 Grad Celsius, die letzte Temperatur direkt 1 Grad Celsius. Die aktuelle Windgeschwindigkeit beträgt 3 Kilometer pro Stunde gegen die Fahrrichtung. Und wir haben leichten Gegenwind. Das ist aber nicht weiter schlimm. Den werden wir nämlich gar nicht gut spüren wahrscheinlich. Mit unseren 9700 PS. Da spüren wir die 25 Kesselwagen hinter uns eher. Aber ich meine, sie macht sich nicht schlecht, finde ich. Muss man schon sagen. Nächstes Hauptsignal, grün. Boah, ich hoffe, die nächsten Signale bleiben alle grün. Ich habe keinen Bock, irgendwo stehen bleiben zu müssen. Nee, 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 absolut nicht. 21.45 Uhr. Um 21.45 Uhr soll man wieder Neustadt sein. Das sollte sich ausgehen, je nachdem, wie lange wir hier jetzt zum Hochbeschleunigen brauchen. Sind knappe 50 Kilometer. Das sollte sich ausgehen, je nachdem, wie lange wir jetzt zum Hochbeschleunigen brauchen. Es ist sonnig sogar, schön. Aus einmal. Es ist also vor dem Zug 74. Genau. Wie gesagt. wir ziehen 25 volle chemie kesselwagen ungefähr 100 tonnen das stück und 7 nächstes hoffensignal rü 8 9 8 9 10 10 10 gut wenn das nächste signal jetzt irgendwas anderes als grün gewesen wäre dann hätten wir auch ein problem gehabt weil schnell mal anhalten ist mit so einem zugverband nicht wollte ich jetzt eigentlich nicht aber ok genau da fahren wir jetzt dahin raus aus dem wiener stadtgebild mit unserem kesselzug das ist übrigens gar nicht so unrealistisch dass hier ein kesselzug fährt tatsächlich im osten von wien in richtung schwächert liegt eine raffinerie die einzige die österreich hat und die bekommt das rohöl mit dem zug und fährt die fertigen flüssigen produkte zumindest auch beim zug wieder weg diese züge nächstes hauptesignal nächstes hauptesignal ich habe gerade eine zuglängenmesse gesetzt für unsere nächste beschleunigung jedenfalls diese züge fahren von osten über die wie heißt sie nächstes hauptesignal über irgend so eine schleife zum zentralverschiebebahnhof wenn sie da überhaupt durchfahren und kommen dann kurz hinter meiling auf die westbahn oder die südbahn je nachdem wo es hingeht oder sie machen das was wir gemacht haben und kommen von osten wenn sie schon fertig zusammengestellt sind über die ostbahn und ein paar äste die da noch sind von anderen strecken an die ostseite des hauptbahnhofs durchfahren den wie wir es auch gemacht haben fahren dann an masslandsdorf vorbei da wo wir vorher standen und dann durch meiling und dann auf die südbahn das ist genau das was wir jetzt fahren und ich wohne tatsächlich in der nähe der südbahn also ich kann bezeugen dass es hier sehr wohl auch Ölzüge oder halt Kesselzüge mit ja von außen nicht sichtbarer Füllung gibt ich weiß jetzt nicht ob der Zuglängermesser schon geschrien hat aber ich gehe mal stark davon aus 85 km pro Stunde 120 km pro Stunde 125 km pro Stunde zu meiner Schande muss ich gestehen ich bin mir nicht sicher aber ich glaube dass 100 das Limit für die vollen Kesselwagen ist nächstes Hauptsignal aber schauen wir mal bis wohin er anzieht genau wie vielleicht auch aufgefallen ist im Vergleich zu früheren Videos es gibt deutlich mehr Signale mittlerweile mir war das nämlich ein bisschen zu blöd dass man ewig lang da hinfahren konnte ohne dass irgendein Signal kommt deswegen habe ich dann mal gesagt okay jetzt programmierst du das ein dass mehr Signale gesetzt werden und das habe ich dann gemacht und genau deswegen gibt es jetzt deutlich mehr Signale als früher das ist früher okay ja und das ist der höchstgeschwindig FVD der klingt jetzt so das ist der höchstgeschwindig FVD der klinge FVD der klinge FVD der klinge FVD der klinge FVD klinge FVD Quadratmeter 2 3 hauptesignal grün boot tr sid Man hört richtig, wie schwer die Dinger sind, die Kesselwagen. Klingen wirklich so. Wie gesagt, ich höre sie hier manchmal. Wenn sie besonders langsam wo drüber fahren, über eine Brücke zum Beispiel, beziehungsweise die Dehnungsflugge einer Brücke, dann hört man manchmal die Gleise ächzen unter ihnen, weil sie so verdammt schwer sind. Es ist in keinster Weise gefährlich. Man hört einfach nur, wie sie eben zum Beispiel die Brücke in den Dehnungsfugen verschiebt. Ganz normal. Klingt nur ein bisschen herr. Ja, okay, die 160 sind mega. 30 Minuten für 40 Kilometer mit 100. Ja, das sollte sich ausgehen. Rein rechnerisch. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 160 Kilometer pro Stunde. Klimaanlage aktiviert. Es hat 6 Grad Celsius, es ist sonnig. Die Höchsttemperatur beträgt 15 Grad Celsius, die Tiefsttemperatur beträgt 1 Grad Celsius. Die aktuelle Windgeschwindigkeit beträgt 3 Kilometer pro Stunde gegen die Fahrtrichter. Genau, ja. Es ist schon relativ kalt natürlich wieder am Tag. Wir sind nämlich um kurz nach neun am Abend unterwegs, laut dem Fahrplan. Nächstes Hauptsignal, blühen. Nächstes Hauptsignal, blühen. Wenn ich nicht wüsste, dass es so ewig lang dauert, bis die Maschine wieder auf Touren kommt, dann würde ich jetzt mal die Bremsen reinhauen und euch zeigen, wie sich das anhört, wenn man so eine Lok mit vollen Bremsen nachbremst. Aber ich glaube, das lasse ich mal. Könnt ihr dann, wenn das Spiel mal veröffentlicht, das selber ausprobieren. Ja, würde ich euch dann empfehlen, die Lok ohne Wagen zu nehmen und dann einfach mal Fahrstufe 5 reinzuhauen. Das Ding geht auch wie eine Rakete, ich sag's euch. Glaubt man jetzt nicht, aber die kann ganz schön schnell beschleunigen. Das ist ziemlich verrückt. Ich meine, ein Taurus, also ihr direkter Verwandter ja eigentlich, schafft es ja auch von 0 auf 230 in unter 2 Minuten. Also von dem her... Nächstes Hauptsignal, grün. ...trotzdem ziemlich verrückt. Nächstes Hauptsignal, grün. Ja, hier die Südbahn ist ja irgendwie auch interessant. Also ich meine, ja, die Geschichte ist seine, das könnt ihr aber alles auf Wiki nachlesen. Aber eine Sache, die man nicht so weiß, auch wenn sie mittlerweile auch auf Wiki steht, die Südbahn hier, die Strecke, die wir jetzt fahren, wurde früher im Linksverkehr betrieben, wie das in Österreich zu K&K-Zeiten üblich war. Also zu Kaiserreich-Zeiten mit dem Franz-Josef und so. Kennt ihr sicher alle. Jedenfalls zu der Zeit wurden halt viele Bahnen gebaut, unter anderem eben die Südbahn unter der gleichnamigen Gesellschaft. Dann die Kaiserin Elisabethbahn, das ist die heutige Alte Westbahn. Die Franz-Josef-Bahn, die ist immer noch so. Und noch ein paar andere. Und da war eben üblich, dass im Linksverkehr gefahren wird, wie damals auch im Straßenverkehr in der Habsburger Monarchie. Der Rechtsverkehr kam da erst später. Bei der Bahn hat sich das relativ lang gehalten, tatsächlich auf so manchen Strecken. Also die Franz-Josef-Bahn zum Beispiel wird heute immer noch im Linksverkehr betrieben, soweit mir das bewusst ist. Ich war jetzt seit drei Jahren nicht nur dort, aber vor drei Jahren ist sie nach dem Linksverkehr gefahren. Die Südbahn haben sie 2012, glaube ich, oder 2011, haben sie sie umgestellt, als sie sich mit der Westbahn vom Leinster Tunnel kurz vor Meidling getroffen hat. Die Neubaustrecke der Westbahn wurde nämlich sehr wohl im Rechtsverkehr befahren, ebenso wie die alte Westbahn zu der Zeit. Und da haben sie die Südbahn eben umgestellt, damit sie sich ein Überwerfungsbaurel sparen. ziemlicher Aufwand für, ja, man kann sich nicht drum streiten, wie viel Sinn, weil die Südbahn ist nur bis Peierbach-Reichenau umgestellt, soweit ich weiß noch nicht weiter. Peierbach-Reichenau ist der südlichste Bahnhof in, also, vorm Semmering. Aber in Semmering könnten wir auch fahren, aber dann wird das Video viel zu lang. Machen wir das mal nicht. Mache ich vielleicht mal mit einem Regionalzug. Dass ich den R91 von Feuerbach bis nach mit Zuschlag Abfahr. Genau, da haben sie eben umgestellt. Das heißt, sie mussten alle Signale neu ausstatten, die Distanzschilder für Vorsignale neu aufstellen und, ja, neue PCD-Magneten legen. Aber es hat den Vorteil, dass, soweit ich weiß, ein ganz großer Teil der umgestellten Strecke für den signalisierten Betrieb im Gegengleis fertig ist. Das bedeutet, dass ein Zug im Fall des Falls sehr wohl auch im Gegengleis verkehren darf. Mit Signalen. Also, das ist heutzutage Standard bei neuen Strecken, dass man das teilweise so macht. Aber früher war das nicht so. Und gerade wenn Signalisierungen wo nachgerüstet wurden, zum Beispiel PZB oder davor noch die Induzi, dann hat man das oft nicht gemacht, weil es einfach viel teurer ist. Du musst dir jedes Signal dann aus beiden Richtungen mit Magneten ausstatten, aus beiden Richtungen mit Fahrstraßen ausstatten, aus beiden Richtungen ins Stellwerk einbinden und aus beiden Richtungen schaltbar machen. Also alles doppelt. Bis auf die Signallampen selber. Aber, naja, eigentlich sogar die teilweise. Also von dem her, jo. Je nach Aufstellort musstest du die Signallampen halt auch in die andere Richtung strahlen lassen. Oder ein Signal nachher mal aufstellen, damit das Signal sichtbar ist. Wenn zum Beispiel eine Kurve in Anführungszeichen hinter dem Signal ist, sodass du es nur von einer Seite sehen kannst. Also, richtig viel Arbeit, aber auch für große Vorteile. Weil dann konntest du zum Beispiel relativ einfach, wenn das Regelgleis gesperrt war, Regelgleis ist immer das, auf dem die Züge in diese Richtung normalerweise verkehren, konntest du sie immer auf das Nicht-Regelgleis oder das Gegengleis schicken. Und da dann die, keine Ahnung, anderthalb, zwei Kilometer bis zur nächsten Überleitstelle oder wie viel auch immer es dann sind, vielleicht auch zehn oder zwanzig, fahren lassen und sie dann wieder aufs Regelgleis holen. Relativ praktisch, eigentlich. Nächstes Hauptsignal, grün. Jo, ich weiß und ich bin froh. So, 30 Kilometer noch bis Wiener Neustadt. 21 Uhr 24 19 Okay, ja. Es könnte sich ausgehen. Vielleicht. Bin mir nicht so sicher. Naja, doch, sollte schon knapp, knapp sollte es sich ausgehen. Bin ich gespannt. Wahrscheinlich kommen wir dann entweder genau pünktlich oder ein paar Minuten später. Je nachdem, wie lange das Bremsen dann dauert. Und wenn wir keine Zwangsbremsung haben am Weg. Das wäre auch ganz praktisch. Weil mit dem Zug, wenn du einmal stehst, brauchst du lang, um wieder loszukommen. Ganz lang. Und wir haben 2500 Tonnen und allein ein Wagen hinten dran. Plus zweimal die Loks mit je rund 86 Tonnen. Also, jo, das ist nicht wenig. Wir haben zwar mit unserer Doppeltraktion noch 19.400 PS ungefähr und 600 Kilo Newton Zugkraft. Das ist ungefähr die Kraft, die man braucht um boah wie rechnen wir das um das ja um 60 Tonnen in einer geraden Linie vom Boden anzuheben die Kraft haben diese zwei Lokomotiven und befördern damit den 2500 Tonnen zugehenden für uns. Also, ja, auf der Semmering-Rampe würden die auch ordentlich schaffen müssen. Da bräuchte man eh eine Hilfs-Lokomotive wegen dem Zuggewicht. Die würde sich vorne noch dran setzen und beim Anziehen helfen, damit der Zug nicht irgendwo an einer Stahlrampe hängen bleibt und nicht mehr weiterkommt. Ja, genau. Oder man setzt einfach zwei F44 hervor, die haben noch ungefähr 60 Kilometer mehr Zugkraft pro Lokomotiver. Also, Doppeltrektion F44, das wären dann zu 720 Kilometern Zugkraft. Wir halten fest, die Dinger wurden 1976 in Auftrag gegeben, und bis 1995 gebaut, also die Teile sind alt mittlerweile. Und trotzdem so irre viel Zugkraft und ich glaube 5400 Kilowatt Leistung. Ziemlich verrückt, oder? Das sind knappe 8000 PS übrigens. Wir haben mit so einer F44, ich glaube, ich bin schon mal mit der gefahren, Gumpelskirchen der Tunnel, jetzt kommt dann gleich noch auf Stetten, da fahren wir durch, das kriegen wir aber nicht groß mit, da kommt Baden, kriegen wir auch nicht groß mit, und Baden ist immer so ziemlich halbe Strecke, im Regionalverkehr von Meidling aus. Ist heute auch so. Wir haben noch 27 Kilometer und wir sind schon seit, also Mats-Landsdorfer-Platz war ungefähr 50 oder 51 oder so vor wie in der Neustadt. Also wir haben gerade ungefähr die Hälfte. Nächstes Hauptsicht mal Bühne. Ach, ja. Nächstes Hauptsicht mal Bühne. Ich will nur ein bisschen das Wetter im Blick behalten, falls Regen kommt. Hier auf der Strecke, weil bei Regen verhält sich der Zug natürlich ganz anders, da musst du noch viel vorausschauender fahren, weil die Bremsen natürlich theoretisch genauso wirken, aber die Räder schneller mal zum Gleiten kommen und dann hier in TWS die Bremsen automatisch auslösen, beziehungsweise die Bremskraft begrenzt ist, weil es extrem schwierig ist, das zu simulieren, dass ein Zug dahin gleitet. Nächstes Hauptsicht mal aber ich habe eine Idee, wie ich das machen kann. Muss ich mir mal überlegen. Kommt aber nicht vom Release wahrscheinlich. Ich habe mich nicht mal am Funk angemeldet. Asche über mein Haupt. Nett, funktioniert. Hätten wir das auch gemacht. Anmeldung hat funktioniert. Nächstes Hauptsicht mal Brühe. So. Sollen wir hier dahin, sind gerade durch Baden durch. Ungefähr würde ich sagen, wie gesagt, man merkt es nicht vom Spiel her prinzipiell. Aber ich kenne die Strecke halt. Ich kann dann ungefähr abschätzen, wo wir gerade ungefähr sein müssen. Nächstes Hauptsicht mal Brühe. Ich habe noch mal die Sektion kurz abgeschaltet, damit wir die Lok mal so ein bisschen rollen hören. das Zischen, das da gerade kam, das war übrigens die Spurkranzschmierung. Jetzt gebe ich die Traktion mal wieder rein. Genau, und er beschleunigt direkt hoch, weil er schon so langsam war wieder. Genau, die Spurkranzschmierung, die schmiert den sogenannten Spurkranz, das ist diese Erhebung an der Innenseite des Rades von einer Lok oder einem Wagen. Die halten den Zug auf den Schienen und damit in den Kurven nicht allzu viel Lärm machen, sie machen immer viel Lärm, aber trotzdem, ist erstens das Rad konisch profiliert. Das heißt, an der Außenseite hat das Rad den geringeren Durchmesser als innen, so dass der Zug immer versucht mittig auf dem Gleis zu fahren, ohne mit einem der Spurgrenze die Schienen zu berühren. In Kurven wird der Zug nach außen getragen durch die Zentrifugalkraft und erreicht mit dem äußeren Spurkranz die Schienen. Das hält ihn dann wieder in der Spur und in der Gerade pendelt er dann wieder zurück. Das ist die Physik, die da dahinter steckt. Spüren als Fahrgast, geschweige denn sehen, kann man das eigentlich nicht. Bewegen sich nämlich da im Millimeterbereich. Und die Spurgrenze werden eben geschmiert, damit sie nicht ganz so viel Lärm machen. Das ist mit einem, so wie einem kleinen Duschkopf. Da wird Öl durchgepresst, vermischt mit Luft und dieses fein zerstäubte Öl wird dann, also kommt dann eben auf den Spurkranz und schmiert dessen Seitenfläche. Nur die Seitenfläche vom Spurkranz, nicht die Lauffläche der Räder. Das wäre nämlich sehr kontraproduktiv, dann könnten die Räder nämlich keine Zugkraft oder nur ganz wenig Zugkraft auf die Schienen übertragen. Was dann passiert, das hört man manchmal, wenn es regnet und deine Lokomotive mit einem schweren Zug versucht anzufahren. Dann drehen die Räder durch, man sagt auch sie schleudern und der Zug hat absolut keine Zugkraft. Und bewegt sich nicht wirklich von weg. Beim Bremsen gibt es natürlich das umgekehrte Phänomen. Ihr wisst wahrscheinlich alle, dass Autos ein ABS haben, ein Anti-Blockiersystem, dass wenn du die Bremsen zu stark trittst, die Bremsen immer wieder schnell loslässt und wieder anzieht. Ganz kurz hintereinander, damit eben die Räder nicht dahin rutschen. Gibt es bei der Bahn auch, nennt sich Gleitschutz. Daher wissen wir jetzt auch schon, wie es heißt, wenn ein Zug einfach dahin rutscht, nennt man Gleiten. Und in dem Moment lösen eben die Bremsen entweder wagenspezifisch oder im ganzen Zug bei Triebwagen. Den ist aber eher pro Wagen. Lösen dann wieder aus, um Flachstellen zu verhindern. Das ist, wenn das Rad an einer Stelle flach geschliffen wird, eben weil die Bremsen die Umdrehung des Rades sperren. Und auch einfach, um dafür zu sorgen, dass der Zug überhaupt bremsen kann. Weil wenn du das nicht hast, dann passiert das gleiche wie beim Auto. Du rutschst da hin, fährst dir die Räder ab und das passiert nichts. Genau. Und Sand gibt's dann natürlich auch immer noch. Den haben wir hier auch. Der wird gestreut, wenn die Reibung zu gering ist. Also eine Lok entweder nicht vom Fleck kommt oder nicht wirklich gut bremsen kann. Zum Beispiel, weil die Schienen nass oder eben ölig sind. Und erhöht die Reibung zwischen dem Metallrad und der Metallschiene. Genau. Hat dabei einen großen Nachteil. Auch, wobei man da mittlerweile schon versucht, Abhilfe zu schaffen, indem man Eisenspäne oder Ähnliches beimischt. Sand ist ja nicht leitend. Und wenn du dann auf beiden Schienen Sand hast und die Lok durch Zufallgrad mit all ihren Rädern auf dem Sand steht, dann kann das Stellwerk unter Umständen nicht erkennen, dass sich dort eine Lok befindet. Das kann nur passieren, wenn du keine Wagen dran hast. Aber in dem Fall ist das prinzipiell möglich, weil es gibt da Stromkreise, die durch die Schienen gehen. Die rechte Schiene ist ein Pol, die linke der andere. Die Lokachse verbindet die und dann wird ein Kontakt geschlossen und der Gleisabschnitt wird als belegt angezeigt. Funktioniert eigentlich fast immer. Es sei denn, natürlich, die Lok hat aus irgendeinem Grund keinen Metall-auf-Metall-Kontakt zu den Rädern, was eben durch Sand passieren kann und auch durchaus schon passiert ist. Deswegen wird da eben, also werden da Eisenspäne dabei gemischt. Darfst du aber auch nicht zu viel dazugeben, weil ansonsten hast du keine Haftwirkung mehr, weil Eisen auf Eisenspänen auf Eisen ist ungefähr ähnlich blöd wie Eisen auf Eisen. Da kannst du es ja gleich sparen. Deswegen kommt da ein bisschen was rein, um da eben ein bisschen abzuhelfen. 21 Uhr, 35 Uhr, 15 Uhr. 10 Minuten für 15 Kilometer. Oh, wow, 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 wow. Das wird eng. Nächstes Hauptsignal, grün. Nächstes Hauptsignal, grün. Ich bin gespannt, ob sich das pünktlich ausgeht, dass wir pünktlich dort sind und ob ich die Bremsung auf die Reihe kriege. Ich werde dann bei fünf Kilometern vor wie in der Neustadt die AFB rausnehmen und den Zug einfach rollen lassen, damit wir ein bisschen Geschwindigkeit verlieren, weil wir müssen ja nicht allzu viel Energie verschenken, wenn man so will. Nächstes Hauptsignal, grün. Nächstes Hauptsignal, grün, 14, 22 Meter. Ich glaube, die Signale bis wir in der Neustadt bleiben grün. Das ist eh irgendwie klar. Wir sind ja langsamer mit 100 kmh. Hier sind 160 kmh erlaubt. Geschwindigkeitsänderung auf 140 km pro Stunde in 9353 m voraus. Genau, das ändert sich auch kurz vor Wiener Neustadt in etwa 110 km. Da ist dann 140 kmh erlaubt. Betrifft uns nicht, weil eben wir fahren sowieso langsamer. Aber deswegen haben wir natürlich praktisch keinen Zug mehr vor uns, der vor uns abgefahren ist. Also von dem her ist klar, warum wir grüne Signale haben. Sie sind ja grün. Ich will kümmern jetzt hidro. Ich bin ja fast überhaupt nicht, weil es heute rę clearer. Es ist sinnvoll. Das ist ein hochweg. Die Signale ist nicht so wichtig. Und da gibt es immer noch. Das ist aber auch wirklich sehr wichtig. Und da gibt es auch nicht, wie viele Leute aus der Hindi kann. Jetzt fahren wir hier dahin. Genau, ich habe übrigens die wichtigsten Infos alle auf meinem Status-Monitor hier auf der Preilzeile. Da habe ich links die Geschwindigkeit, die aktuelle, dann die erlaubte Geschwindigkeit, die aktuelle Fahrstufe, die V-Sol, also die Geschwindigkeit, die ich bei der automatischen Fahr- und Bremssteuerung eingestellt habe. Dann die Türsteuerung, die zeigt mir an, ob irgendwo die Türen offen sind und dann die Distanz zur nächsten Station. Das sind jetzt 10,7 Kilometer. Genau, und daneben ist nichts bisher. Da kommt vielleicht auch noch mal irgendwo was hin, aber mir fällt aktuell nichts ein, was so wichtig wäre, dass man es da noch hinsetzen müsste. Die wichtigsten Infos hat man eigentlich hier schon. So, 10,2 Kilometer in 6 Minuten. Ich glaube, das kann man vergessen. Es ginge sich aus, wenn wir etwas über 100 fahren würden, aber dadurch, dass wir tendenziell eher etwas unter 100 fahren, weil der Zug so schwer ist und wir langsamer fahren, erübrigt sich das mal pünktlich sein, glaube ich gerade. Unser Score ist auch relativ gering. Keine Ahnung. Nächstes Hauptsignal, gut. Nächstes Hauptsignal, gut. Nächstes Hauptsignal. Außen und zu den Beschlüsseln. Vor dem Zug. Nächstes Hauptsignal. 19, 100 Nächstes Hauptsignal, grün Nächstes Hauptsignal, grün 97, in So, jetzt lasse ich die AFB dann noch einmal anziehen und dann nehme ich sie raus und lasse uns einfach rollen. Dann muss ich wahrscheinlich eh schon bald zu bremsen beginnen, so wie ich den Bremsweg von dem Ding einschätze. Der wird relativ lang sein. Ja, 7,1 Kilometer Schauen wir mal wo er dann bei 5 ist, vielleicht lasse ich ihn auch nochmal anziehen und gehe dann erst los. Er verliert schon recht schnell an Geschwindigkeit und dadurch, dass wir schon ein bisschen spät sind, haben wir nicht so viel Zeit. Sonst wenn man viel Zeit hat, dann kann man eigentlich bei so einem schweren Güterzug bei 10 Kilometern vor der Station, wenn man so schnell ist, fast schon die automatische Steuerung raus nehmen und der Zug einfach rollen lassen, unter Umständen, aber ja, wenn man ein bisschen Zeitdruck hat, wie wir jetzt, dann würde ich das nicht machen und ich mache es jetzt auch so, ich lasse ihn bis wir auf 5 km vor der Station sind, lasse ich ihn auf jeden Fall immer wieder hochbeschleunigen. Ich habe die AFB jetzt rausgenommen und halte ihn selber auf 100 km h. So, jetzt stelle ich auf 0, 5,3 Kilometer und jetzt lasse ich uns rollen. Ja, die Geschwindigkeitsbegrenzung interessiert uns nicht, weil da sind wir eh deutlich langsamer. Nämlich ein 140er. Und wir fahren gerade 96, genau. Also, ja, von dem her ist uns die relativ wurscht. Okay, aber pünktliche Ankunft geht sich definitiv nicht aus. Never ever. Schau mal, wie viel wir denn zu spät sind. Ich glaube, es ist noch ganz okay, vor allem für den Güterverkehr. Und wir sind beim Mazda ist auf dem Platz auch ein bisschen zu spät weggekommen. Ich glaube, wir waren eine Minute später dran dann im Endeffekt. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 140 km pro Stunde. Ja, ich weiß. Ja, auch die ist uns wurscht, weil so schnell können wir eben nicht mal. Außerdem sind wir mittlerweile auf 90 Runden. Ich drück's jetzt einfach weg bei den Geschwindigkeitsansagen. Ja, das nervt uns so, wie sie. Mit Steuerung geht das wie üblich. Nebenbei drück ich auch die Siefe immer mal wieder, weil jetzt eine Zwangsbremsung wäre einfach nur blöd. 3 km vorm Endbahnhof. Geschwindigkeitsvergrenzung. Es sollte jetzt auch bald das Signal kommen, dass ich abbremsen muss. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 120 km pro Stunde. Nächstes Hauptsignal grün. Geschwindigkeitsvergrenzung von 100 km pro Stunde in 400 Metern. Ja, okay. Auch die ist uns wurscht, weil wir fahren schon. Nächstes Hauptsignal grün. Nur noch 84. Also. Geschwindigkeitsvergrenzung von 100 km pro Stunde in 200 Metern voraus. Das war der 2500 Meter zur Station Ton. Wir rollen gleich durch den Hauptbahnhof in Wiener-Neustadt. So langsam müsste er mir dann sagen, dass er herbremsen soll. Aber ich glaube, ich traue jetzt einfach mal dem Spiel. Und bremst nicht selber davor ab. Wenn es dann zu spät ist, dann ist es irgendwas, dass er sich verrechnet hat, gell? Aber das sollte eigentlich nicht passieren. Ja. Und wir sind durch Wiener-Neustadt durch, durch den Hauptbahnhof. Nächstes Hauptsignal grün. Nächstes Hauptsignal grün. Die erlaubte Fahrtschämigkeit beträgt 160 km pro Stunde. Nächstes Hauptsignal, dringend 715 Meter. Okay, das ist das Ausfahrsignal für die Gleisgruppe 700. Das heißt, wir haben keine Signale mehr zu befürchten. Finde ich ganz gut. Muss mich nämlich jetzt ein bisschen konzentrieren, nicht zu früh und nicht zu spät anzuhalten. Okay, das sollte sich gut ausgehen. Muss vielleicht gegen Ende dann die Druckbremsen reinhauen. Aber das passt schon. Ich muss sogar nachlassen an Bremskraft, glaube ich. Ja, muss ich. Bremse an die Luft. Bremse gelöst. 21 Uhr 48, 3. Restriktiver Modus aktiviert. Geschwindigkeitsänderung auf 150 km. 23.896 Meter voraus. Glocknitz. Nett. Nur drei Minuten zu spät. Nicht schlecht. Jo. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Hat mich gefreut, mal wieder ein Video aufzunehmen für euch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte ein Like und ein Abo da und einen Kommentar. Und genau. Ansonsten. Schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das anschaut noch. Und wir hören uns wahrscheinlich demnächst. Bis dann.